Die Generalversammlung des Lutherischen Weltbundes weltweit bewegen wird. Wir schauen schon mal in die Themen rein, was wird uns beschäftigen und stellen die Frage, was hat das mit uns in der EKM zu tun, was macht das mit uns in Deutschland. Hier sind wir am Safari Hotel. Heute bin ich noch relativ alleine. Nächste Woche werden hier 400 Teilnehmer der Lutherischen Weltbund Generalvollversammlung sein. 400 Teilnehmer, die sich Gedanken machen, dass Gnade nicht für Geld zu haben ist, dass Menschenleben nicht für Geld zu haben sind und dass die Natur, die Schöpfung Gottes, nicht für Geld zu haben ist. Diese drei Themen sind neben dem Reformationsgedenken und neben der internationalen Begegnung der Grund, warum sich hier die Delegierten treffen, wo beraten wird, es werden Wahlen stattfinden, es werden Absprachen stattfinden und es wird ein internationaler Austausch stattfinden. Ein großer Teil ist, dass in einer Ausstellung die Leute sich präsentieren und die Leute sich gegenseitig kennenlernen, um so weltweit näher zusammenzurücken und gemeinsam Gotteskirche zu bauen. Musik 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 Hello, I'm Veynon Lucas from the Lutheran Church in Namibia and I'm the chairperson for the Preparatory Committee for the Youth Pre-Assembly. We have developed some exciting activities and program activities that we want to share with you. So we are waiting for you with excitement, calm so that we can liberate in the grace of God. Thank you, waiting for your invite. Bye-bye. Music My name is Desri Sumbaya. I am the advisor of women organizations from my church, the Indonesian Christian Church or HKI from Indonesia. My impressions about this Women Pre-Assembly I learned a lot. This is the biggest Women Assembly that I ever attended. I listened from many contexts, not only from older women but also from the lay people. And I'm so happy also because in this Assembly, women or female church leaders attended and then involved actively in the Pre-Assembly and in our discussion. Music Salvation Salvation cannot be put on sale because salvation is about a relationship. It's a central message for the Lutheran identity which is a doctrine of justification. If you visit Eastern Europe and you walk on the streets and ask the people what means salvation for them, they probably would answer, it means a good relation to God. And for this you need to respect the religious rituals. No true relationship between human beings can be bought or sold. Or they would respond, it means to have a life in dignity and for this you need to earn enough money. Salvation we cannot buy because it's a God's gift. Money cannot buy me love. So how could a relationship with a loving God be put on sale? The Gospel of the gracious God is a treasure which is indispensable today. The hope of the salvation not for sale which is discovered in the Lutheran identity is, as Martin Luther said, the theology of the cross. The cross is where Jesus Christ loses everything and gains his glory. Salvation is a free gift of God. And we, we as Lutherans, are called to treasure this and to keep it vivid as a message of freedom today. I would like to stress that I'm astutely aware that doctrines are important because they are normative in the shaping of Christian faith. In Serene Jones's words, doctrines have the capacity to shape the identity and character of their adherence in positive and negative ways. Hence, doctrines are contested sites and spaces since doctrines are constructed and interpreted in certain ways to mediate relationships that either liberate or restrict the well-being and the flourishing of both individuals and communities. Here I think that doctrines, as you said, can be transformative and reforming spaces. Because we do have a doctrine that contests this kind of an idea. An idea that says that it's only me and you, Jesus. The Christian God is a communion of three. When we have been made right and enter into this communion with this God, we are at once also in communion with each other. And we are then in one communion with all of those who have entrusted themselves in faith to the same God. People doubt and they are confused because most pastors and teachers really cannot define objective justification and subjective justification. They mix everything up and they turn the gospel into law. Whenever you turn the gospel into law, you have this confusion. When I go to most of the churches, not only in Africa, but Europe and America, anywhere, I see that the only thing that you can identify that this church is a Lutheran church is the signpost under the hymn book. All I wanted to say is that in many of the definitions of salvation so far, the emphasis is on the spiritual. And I would like to see a balance between the spiritual and the material. And that very often in our experience, as was shown in the poem, the material becomes the medium through which God is experienced and God becomes known. It is now my pleasure to serve in a church in the eastern part of Germany, in the former GDR. And for us, finances are always a kind of double bind. We are poor, poorer than the churches in the western parts of Germany, and we do rely on their financial support. Still today, more than 25 years after the peaceful revolution. And in the same time, we are rich compared with so many others. And sometimes I hear older colleagues saying we were even richer when we were marginalized and indeed financially poor during GDR times. The mammon, the market, can hijack the church. Human beings not for sale. As Christians, we belong, we believe that we belong to God. That means we shall not belong to anyone else nor to anything else. Human being not for sale, because we all are created in the image of God. God knits us together in our mother's wombs, out of love and life for us. And we are given immeasurable worth and value because of this God who loves us beyond measure. It is written in the scripture and the word of God says that we all are created in the image of God. Still, we experience ourselves in a world where everything seems to be for sale. Everything that we need for our well-being. And so, unfortunately, in our times, human beings are for sale. Sadly, 24 hours a day, 7 days a week. Health seems to be for sale. Love, housing, happiness, even adventure is for sale. Nowadays, human beings are being used in different ways. Human beings are misused as a commodity. Their bodies are for sale and also their labor when they don't receive just wages and fair wages for their work. Many people have to live under working conditions that make them feel like slaves. Slaves of the economy, of time, of the pressure of other people. And it exists everywhere. Human beings are misused, exploited and forcibly deprived for anything. Every time we hold each other to account, both in the church and outside of the church, in the world. Every time we remember and are reminded that human beings are not for sale, a piece of God's reign is present to us. So that's why it's so important to memorize that we belong to God and that God's redeeming love put us free. And for this, I would like to say one message which is written in the scripture, John chapter 13 verses 34 and 35. As God says, as I loved you, you must love one another because love unites us and love is the ultimate thing. And every time we act on knowing that human beings are not for sale, when we make it a reality, God's reign is present to us. We believe that it upholds all human beings in a greater value. Thank you. My impression is that Namibia has absolutely more consciousness for the Armen in his country than it has in many other african countries. My impression is that man has good intentions, he does also have something else. But if you see these slums here, I must say that the strongest in Germany lives on a golden island compared to what he finds here. All the people who come from the country, who wanted to seek their luck in our city and didn't find. Wir haben auch das Ministerium für Armutsbekämpfung besucht und ich habe durchaus den Eindruck, dass man sich über das Problem im Klaren ist, zumal es auch von kirchlichen Kreisen unterstützt wird. Man versucht sicher zu tun, was man kann, aber es sind trotzdem auf einen heißen Stein und es wird sicher noch viel Unterstützung gebraucht. Das ist ein fundamentales Element der christlichen Hoffnung, dass Menschen sind in der Image von Gott gegründet werden, und sie sind eine fantastische Wert, als Teil Gottes Kreation und Gottes Plan für Kreation. Menschen können nicht zu einem Komöden, oder einem Objekt, oder etwas anderes als Mensch, als Mensch von Gott gegründet werden. Wir sollten also alle Mechanismen in der Gesellschaft, und auch in der Kirche, die versuchen, zu reduzieren, die menschliche Dignität, oder zu negieren, die menschliche Dignität. Die andere Dimension der Menschen in der Image von Gott und der menschliche Dignität ist, dass alle Menschen gegründet werden, mit Abilität und Talenten sind. Also, wenn wir sagen, dass ein Mensch nicht für sie ist, das bedeutet, dass wir auch die Möglichkeit geben müssen, die Menschen zu nutzen, um ihre Talenten zu nutzen und um die Partner, in all den effortsen zu promöten, justice, peace und common good. Wie ist die Beste von Gott gegründet? Es gibt hoffentliche Signen, aber wir wissen mehr und mehr, dass wir wirklich interdependen mit der Kreation sind. Wir sind Teil der Kreation und nicht die Rulers der Kreation. Wenn wir nach außen und nach in dieser Service Hall sehen wir bäste, wir sehen, wir sehen, wie wir und Tiere. In der Kreation sind wir co-Creator-Kreation. Das bedeutet, dass wir wirklich auf Gott sind. Wir sind die Kreation. In Südamerika, und besonders in Argentinien, Kreation ist nicht vorhanden. Es ist ein guter Erinnerung für die Menschen, die versuchen zu entwickeln, zu öffnen, zu öffnen. Und auch für die Rulers. Für die Rulers. Aber wir sind auch co-Creator-Kreation, in dem Sinne, dass Gott uns mit kreativen Kraft haben, die wir zu unterstützen können, die wir zu erzeugen können, aber auch die wir zu zerstören können. Wir sind auch Kreationer von Gott. In unseren Theologien haben wir lange georientiert auf die Menschen. Jetzt sind wir zu Theologien, die mehr Kreation-orientiert sind. Das ist ein guter Sinn. Und die wirklich gute Neue, die wirklich gute Neue über die Kreation ist nicht vorhanden, ist, dass nicht alles vorhanden ist. All good powers have to work together. And theology, Christians, people of faith, churches, have a role to play in this context. Now we take care of ourselves. Then why do we neglect everything else? So these all are signs of hope. And we are realising that together we can do something about it. Creation is not for sale. So basically this is our small place. Myself, I do this farming and I also do charcoal. Whereby producing charcoal also creates employment for most of these people here. But because it was the rainy season we had a break on charcoal. And we will only start once the ground is really nicely wet and everything because people don't want to buy wet charcoal. Many greetings from Namibia. My name is Martin Kopp. I come from France. As my accent might suggest, I am currently finishing a PhD in theology in Strasbourg. And I am chairing the climate change working group of the French Protestant Federation. I had the honour and the privilege to address the LWF assembly on the theme Creation not for sale. Basically this theme says that we as Christians believe that all that exists was creator. And that we confess God as the creator of heaven and earth. We confess that we human beings have been given a special responsibility. The responsibility to be good stewards of this good and beautiful creation. And yet we know and the science shows that we are failing in this task today. We consume the equivalent of 1.6 planets per year and we are going beyond planetary boundaries leading us, well actually on the verge of societal and ecological collapse. So I advocate for each and every person who looks this video and for the LWF as such to initiate, deepen and strengthen action so that creation is indeed not for sale. We can change many things in our lifestyles, in the way our churches behave, in our parish's lives, in transportation, housing, food, leisure and so on. Ask yourself the question, what can I do? What can I change in my context, in my life to move towards a creation that thrives? This is of course a very difficult task. It is a vital threat that is posed to us, but also it is a formidable opportunity. The opportunities to make our societies thrive, meeting the needs of all within the means of the planet. The opportunities to choose from the place as such, where it is becoming the most elastic about the people and how it is of cooperation within the lives of the planet. The really key in our lives is of course is a significant of the people who are living in the lives of the lives of the people. And I would like to ask you to ask you, Peter Herford, what has taken me most? In the talk that the President everything has taken me most, which has taken me to contribute to Mr. Martin Jungner. gehalten hat und vor allem natürlich die Jugend sehr gelobt hat, dass er gesagt hat, dass er froh ist, dass es diese Jugendquote gibt, dass die dabei sind und dass sie sehr viel bewegt haben und dass auch der LWB nicht nur sehr viel lernen kann, sondern eigentlich durch sie nochmal so eine ganze intensive Richtung bekommen hat, weil sie sich massiv für Klimagerechtigkeit einsetzen und dass er das nochmal so deutlich sagt und damit auch allen bewusst macht, die Jugend hat an der Stelle wirklich ein wichtiges Wort und bringt viel ein. Das fand ich schon toll, dass das von ihm so ganz klar gesagt worden ist, neben all den anderen großen wichtigen Themen hier auf der Konferenz. Bei der Vollversammlung gibt es die großen Plenarveranstaltungen, die Gottesdienste, morgen am Sonntag, das Stadion mit vielen tausend Leuten, aber es gibt auch kleine Gruppen. Wir haben hier eine Kleingruppe, eine sogenannte Village Group. Bettina Westfeld, was sind die Village Groups? Die Village Groups sind ein Zusammentreffen von ca. 20 bis 30 Personen. Sie sind so zusammengesetzt, bei uns ist es der Fall, dass sie alle eine Sprache sprechen, also wir sprechen hier alle Deutsch, aber wir sind eine ganz internationale Gruppe, von Chile bis Slowenien, von Deutschland bis nach Ungarn. Und wir haben hier die Möglichkeit, Themen, die wir im Gottesdienst, in den Andachten und vor allem auch im Plenum bereits erörtert haben, nochmal im Detail zu besprechen. Hier können alle zu Wort kommen. Im Plenum mit 300 Personen können immer nur fünf bis zehn Menschen sprechen und ihre Meinung miteinander austauschen. Hier können wir das alle miteinander tun. Wir können auch Ideen sammeln für Resolution und für die Abschlussmessage. Das ist von großer Bedeutung für das Ergebnis unserer Vollversammlung. Heute ist der große Tag. Im Stadion hier in Windhoek sind gefühlte 10.000 Leute anwesend. Als wir um 7 Uhr heute Morgen kamen, waren schon die ersten 200 Leute von Chören da, haben gesungen, haben getanzt, haben ein Fest gefeiert. Wir feiern das Reformationsjubiläum auf afrikanische Art mit internationalen Gästen. Ein vierstündiger Gottesdienst inklusive Abendmahl, inklusive vieler Grußworte, eine Predigt. Und jetzt wird gleich noch eine kurze Diskussion stattfinden und ich freue mich, dass so viele Leute hier sind, dass vieles klappt. Wir sind in Afrika, also ist natürlich nicht alles perfekt, aber das Feiern steht im Zentrum und dafür können wir, glaube ich, noch etwas lernen. Die LWF-Vollversammlung meint sich dem Ende zu. Eva Harden, was haben wir gelernt? Was ist für Sie der Ausdruck? Für mich ist der LWF besonders wichtig in seinem Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Bebauung der Schöpfung und auch sein politisches Anlass. Und da sehe ich uns als EKM ja in einer großen Tradition, die wir schon lange haben. Und zugleich kann man hier immer noch mal wieder lernen, was sind die aktuellen Fragen, die aktuellen Herausforderungen, auch international gesehen. Und können das uns wie im Kleinen tun an Umweltaufgaben, die wir haben, wie können wir das einbinden in die große Welt, in den internationalen Kontext? Also was machen wir lokal, an vegetarischem Essen, an regional einkaufen, aber wie verbinden wir das auch wieder mit der ganzen Welt? Und wie können wir hier auch vielleicht noch mal über unseren Tellerrand hinaus gucken und mehr Verantwortung für die gesamte Welt übernehmen? Und wie sind die Produkte, die wir sagen können, sehr schön unten an Landingessä bringen? Hallo. Das Wort Wallaceバイ! Das Wort hat hier, whoa. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Amen Freedom is coming Freedom is coming Freedom is coming Oh yes I know Freedom is coming Freedom is coming Freedom is coming Freedom is coming Oh yes I know Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Oh, freedom, freedom, freedom is coming, oh yes, oh yes, I know. Oh, freedom, freedom, freedom is coming, oh yes, I know. Oh, freedom, 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 freedom is coming, oh yes, I know. Oh, freedom, freedom is coming, oh yes, I know. Oh, freedom, freedom is coming, oh yes, I know. Oh, freedom is coming, oh yes, I know. Oh, freedom is coming. 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 Oh, freedom is coming.